Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Die große Frage, hast du deine Lebensvision? Hast du deine große Lebensvision? Wenn du deine Lebensvision hast, hast du Energie ohne Ende, bist absolut motiviert, dann hast du auch nicht mehr die Situation, wo du sagst, ja komm, ich brauche jemanden, der mich motiviert, weil das ist deine Lebensvision und das ist absolut faszinierend. Bei mir hat sich unendlich viel getan, seit ich meine große Lebensvision habe. Das hat mich jetzt auch dazu veranlasst, darüber ein Buch zu schreiben und um was geht es? Es geht darum, dass die meisten Menschen Dinge machen, die ihnen gar keinen Spaß machen. Es geht darum, dass die meisten Menschen so vor sich hin leben. Die meisten Menschen sind unzufrieden, sie sind unglücklich, sie sind am Jammern, sie haben Frust und das ist so schade. Und wenn du deine Lebensvision hast, dann kommst du in den Flow rein, dann laufen die Dinge, dann hast du keinen Stress, dann hast du Harmonie, dann hast du Frieden und da geht es dir richtig, richtig gut und das wünsche ich dir auch von ganzem, ganzem Herzen. Wir werden im Sommer ein Seminar machen zu dem Thema, hast du deine große Lebensvision? Manchmal, vor lauter machen, tun, kommen wir gar nicht auf die Idee oder wir haben gar keinen Blick für die große Lebensvision und das freut mich ganz einfach, dass ich euch zu eurer großen Lebensvision bringen kann. Und jeder Mensch, davon bin ich tausendprozentig überzeugt, jeder Mensch hat seine Berufung, hat seinen Ruf hier auf Erden. Jeder Mensch hat eine ganz, ganz bestimmte Aufgabe, die er hier auf Erden zu erfüllen hat. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und wenn du deine Lebensaufgabe erfüllst, deine Lebensvision, wenn du in dir lebst, und die Krönung davon ist, über den Tod hinaus, wenn du das erfüllst, dann geht es dir gut, dann geht es dir unendlich gut, dann hast du auch finanziell, dann läuft das ganz einfach. Dann kommst du in eine andere Schwingung hinein, du kommst in eine andere Dimension hinein und dann geht es dir richtig, richtig, richtig gut. Und dafür lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen und zu schauen, was könnte meine Lebensvision sein, wofür stehe ich jeden Morgen auf, wofür brenne ich, was erfüllt mich, was macht mich glücklich. Ich liebe es, ich bin so, 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 so dankbar. Meine große Lebensvision ist, Menschen zu helfen, dass sie in die Freiheit kommen, dass sie endlich anfangen zu leben, dass sie nie mehr was verschieben, dass sie genügend Durchhaltervermögen an den Tag bringen und natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit. Und das erfüllt mich jeden Tag, das treibt mich jeden Tag an und ja, es geht mir dadurch sehr, sehr gut und das wünsche ich dir auch. In diesem Sinne, mach's gut, ciao, bye, bye, alles Liebe und Gute, dein, euer Ernst Klammeri.